Moin, moin, los geht's. Wie viele Freifund-Communities benutzen ja auch wir Gloon und so ein Gloon Release, das ist ja getestet, aber dieses Gloon Release ist ja nicht das, was man am Ende auf seine Community freilässt, denn per Design hat so ein Gloon ja noch eine Site-Konfiguration, die für die Community draufkommt und viele Communities haben dann noch irgendwelche Pakete oder anderen Änderungen damit draufliegen, zum Beispiel die Standardverortung oder die Standardort ihrer Knoten einzustellen im Config-Modus und auch die Backends sind ja alle leicht unterschiedlich und so ein Gerät ist, also es gibt ja nicht nur ein Gerät, für das man so ein Gloon baut, sondern es gibt eine Handvoll, also eine sehr große Handvoll Geräte davon und das alles hat uns dazu bewegt zu sagen, naja, so ein Gloon will dies mal getestet sein, aber wir wollen mit unserer Konfiguration da ja nochmal drauf testen und insgesamt mit unserem Projekt Parker haben wir relativ viele Änderungen, die auch relativ tiefgreifend in so ein Gloon eingreifen und das alles wollen wir natürlich testen und das natürlich automatisiert, denn wir sind ja faul. Ja, für uns hat sich vor drei Jahren mal die Gelegenheit ergeben, von unserer Stadt Braunschweig eine finanzielle Förderung zu bekommen und ein Teil, den wir uns fördern lassen wollten, war ein automatisiertes Testbed. Und wir haben uns damals vier Ziele gesteckt für dieses Projekt und die möchte ich euch einmal kurz erzählen und wie weit wir da gekommen sind vielleicht auch. Das Erste, was wir damals erreichen wollten, war, wir möchten eigentlich in der Lage sein, unsere frischen Freifunk-Firmware-Images, die wir gebaut haben, von möglichst überall zu testen. Wir haben damals gemerkt, wenn man erst so ein Bild macht und da läuft noch ein paar Stunden, weil man echt viele Images bauen muss und dann ist man irgendwann später erst wieder dran und kriegt die richtige Hardware in die Hände, um das auch zu testen, dann dauern die Release-Prozesse unnötig lange. Und deswegen möchten wir eigentlich Hardware haben, die irgendwo liegt und die wir von dort aus direkt benutzen können, ohne dass wir erst die passende Hardware aus dem Schrank zaubern müssen dafür. Und das funktioniert halt auch zusammen mit dem Testen, das sehen wir später. Ein weiteres Ziel, was wir erreichen wollten, war, wir wollten eigentlich so kleine Freifunk-Testbeds zu guten Freifunkern aus unserer Community verteilen, von denen wir wissen, dass sie Probleme mit dem Internet haben. Zum Beispiel, weil das irgendein unsägliches DS-Lite ist oder, naja, weil es irgendwie ein Kabelnetz oder sowas ist. Dann könnten wir halt sehen, wie sieht eigentlich aus deren Perspektive unser Freifunk-Netz aus, aber das haben wir bisher noch nicht geschafft. Die Hardware ist noch da, das müssen wir zu gegebener Zeit mal angehen. Eine weitere Sache, die sehr gut funktioniert, ist automatisiertes Testen von Freifunk-Images. Und zwar, wenn so ein Image aus unserem Bildprozess rausfällt, dann bringen wir das auf unsere Testing-Infrastruktur, schmeißen die Tests an, warten fünf bis zehn Minuten und dann haben wir ein Test-Result, wo wir dann sehen, naja, funktionieren die Dinge, die wir haben wollen eigentlich noch oder sind da Sachen kaputt gegangen? Das letzte Ziel ist, naja, für uns ist es schon wichtig, dass Freifunk als Community funktioniert. Also sowohl auf der Seite der Router, die wir aufstellen, aber halt auch auf der Entwicklungsseite. Und da möchten wir euch jetzt was davon zurückgeben und deswegen erzählen wir euch heute davon. Dann habt ihr einen Steinbruch, wo ihr vielleicht ein paar Sachen für euch von verwenden könnt oder, ja, vielleicht wollt ihr das auch einfach so nachbauen, wie wir es haben und seid damit schon glücklich. Wenn man jetzt so Router fernsteuern möchte, gibt es so ein paar, na, Probleme will ich nicht sagen, sagen wir Herausforderungen, die man lösen muss. Zum einen muss man halt irgendwie mit der Hardware-Interface, weil man möchte jetzt ja echte Hardware testen. Was heißt das? Na, in der Regel will man irgendwie an den sehr geringen Anschluss von so einem Router ran, weil dann kann ich Low Level mit dem Router und auch mit dem Router, mit dem Bootloader und auch mit dem Linux auf dem Router reden. Und das kann ich auch dann, wenn ich mir ein kaputtes Image geflasht habe oder beim Testen doch mal irgendwas kaputt geht. Also, ich brauche die Serial, dann kann ich Low Level fernsteuern. Dann möchte ich in der Lage sein, die Stromversorgung für diesen Router zu schalten, weil dann kann ich den Router halt neu starten und komme auf jeden Fall definitiv wieder in den Bootloader, ganz egal, welchem Zustand ich sonst bin. Und ich möchte in der Lage sein, Knöpfe an so einem Router zu drücken, weil, ja, mit gedrückten Knöpfen kann ich auch sowas wie einen Druck von Reset simulieren. Mit dem ich dann, ja, zum Beispiel wieder in den Config Mode zurückwechseln kann, weil ich das dann später testen möchte. Unsere Router haben State. Zum einen haben wir irgendwie so einen Configuration State. Das heißt, wir, unsere Router wissen, mit welchen Gateways sie sich verbinden müssen. Sie wissen, welchen Namen sie haben und an welchen Positionen sie sind. Und sie haben auch solchen State wie VPN-Keys, sei es jetzt für Fasti oder in unserem Fall häufig für WireGuard. Aber das ist halt State, der auf den Routern permanent drauf ist. Und zum anderen haben wir natürlich einen Runtime-State. Das heißt, unser Router befindet sich in einem Bootloader, befindet sich im Config-Mode, also im Linux oder befindet sich im normalen Running-Mode. Und all diesen State müssen wir auch mitmanagen. Unsere Router haben per Definition was mit Netzen zu tun, offensichtlich. Das heißt, auch darum müssen wir uns irgendwie drum kümmern. Bei uns haben wir jetzt da im Moment einen sehr einfachen Weg gewählt. Aber da ging ja noch mehr, dazu später noch ein bisschen was. Ja, und wir müssen irgendwie schauen, wie ist das eigentlich mit Testing-Infrastruktur auf dem Target. Wir haben uns dafür ein ganz klares Nein entschieden. Wir möchten keine spezielle Testing-Infrastruktur auf dem Target haben, sondern wir möchten, dass all unsere Testing-Infrastruktur außenrum ist. Und wenn wir auf dem Target irgendwas brauchen, dann müssen wir das im Test mitbringen, sodass wir mit einem Vanilla-Gluon, was abgesehen von der Site-Konfiguration genau so aufgetab liegt, halt auch schon testen können. Und damit haben wir auch die minimalste Beeinflussung, die wir mit dem Test erreichen können. Wie sieht das Ganze dann im Hardware-Aufbau aus? Nun, wir haben halt irgendwie einen Router, den wir testen wollen. Und ich habe jetzt hier schon wieder zum zweiten Mal den 841er gezeigt. Und ja, unser erstes Testblatt, das wir aufgebaut haben, benutzt genau so einen Router. Warum? Zwei Gründe, bevor sich Leuten die Zähnennägel hochrollen. Oder vielleicht auch trotzdem. Na ja, zum einen, man hat da von Kilogrammweise rumliegen. Warum will man sie nicht verwenden? Wenn sie kaputt sind, wird man halt den Nächsten. Man verliert da nicht viel mit. Und das andere ist, zumindest mit unserem Project Parker Freifunknetz, was halt auf WireGuard aufsetzt, funktionieren die Geräte noch ganz brauchbar. Und solange Luon sie weiter unterstützt, sehen wir gerade keinen Grund, sie loszuwerden. Also testen wir auf der kleinsten Hardware, die wir unterstützen wollen. Zu jedem Router gibt es einen Testserver. Oder zu N-Routern gibt es jeweils einen Testserver an einem Ort. Das sind bei uns Raspberry Pis, weil die sind klein und billig. Und sie haben halt diese GPOs dran, mit denen wir später noch Dinge schalten können. Wir haben ein Labornetz, wo halt nur diese Geräte drin sind. Und in denen es Internet gibt, sodass unsere Router später auch unsere Infrastruktur erreichen können, nach außen, wenn man testen will, ob sie auch online gehen können. Der Pi, also unser Testserver, ist auch in diesem Labnetz drin, sodass er da auch erreichbar ist. Unser Client-Netz von unserem Router steckt mit einem USB-Ethernet-Dongle an unserem Testserver, sodass wir dann auch Client auf unserem Router sein können und USB-Ethernet, weil so können wir dann auch mehrere mit Hubs quasi beliebig viele Router später an unserem Pi anschließen, was das Ganze skalierbar macht. Wir haben als PowerSwitch ein Vierfach-Relais-Board aus dem Maker-Zubehör vom Ebay. Da steckt man auf der einen Seite 5 Volt und so ein GPIO von dem Pi dran und auf der anderen Seite hat man halt ein recht potentes Relais, was Dinge schalten kann. Das benutzen wir zum einen, um einfach auf der 9-Volt-Seite oder auf der 12- oder 48-Volt-Seite unseres Routers Spannungsvorsorgung zu schalten und zum anderen benutzen wir die auch, um die Taster zu überbrücken und können damit dann Tastendrücke simulieren. Und zu guter Letzt haben wir USB-Serial-Adapter, die auf der einen Seite im Router in die Serial angelüttet sind und auf der anderen Seite halt per USB in unseren Pi stecken. Das wirkt jetzt hier alles so wunderschön aufgeräumt auf dieser Folie und geradlinig, der reale Aufbau ist natürlich wieder ein bisschen wirrer. Wer sich jetzt denkt, wann haben die das eigentlich auf eine Holzplatte gespaxt? Ja, wir haben das auf eine Holzplatte geschraubt. Das war damals das Einfachste, was uns gerade entgegenkam. Und es hat sich bis heute gehalten, deswegen gab es keinen Grund, das zu ändern. Ihr seht unten den Router, mit dem wir testen. Ach, da hat ein 14-Gang-Loch in den Deckel gebohrt, dass die Kabel rauskommen können. In der Ebene darüber sieht man rechts, glaube ich, das USB-Serial-Adapter. Links USB-Ethernet, so ein bisschen hinter der Antenne versteckt. Oben rechts der Pi, oben links das vierfache Relais-Board, wo dann halt die Leitungen hingehen, die man mit diesen Relais schalten möchte. Genau. Softwareseitig könnte man natürlich jetzt anfangen, sich irgendwie kleine Shell-Skripte oder Python-Snippets zu bauen, die mit der Hardware-Interface in die JPA ausschalten oder irgendwie auf das Serial auf Input warten. Das ist aber irgendwie ganz schön anstrengend und das wäre irgendwie cooler, wenn man das abstrahiert hat. Und wir haben uns entschieden, das mit Labgrid zu machen. Labgrid ist eine Python-Library, die dafür gedacht ist, so Embedded-Linux-Fernsteuer-Hardware fernzusteuern. Und das ist ein Open-Source-Projekt, findet man auf GitHub. Und wenn ihr mal einen Blick in die Dokumentation werfen wollt, die gibt es bei readthedocs.io. Disclaimer, ich arbeite für die Firma, die große Teile davon gesponsert hat. Das heißt, ich komme auch häufiger mit dem Ding in Berührung. Wie sieht das dann aus, wenn man sich das mal anguckt? Labgrid, wie gesagt, ist eine Hardware-Abstraction-Library. Liegt also in der Mitte zwischen der Hardware, die man abstrahieren möchte. In diesem Fall unsere Labortechnik, also unsere Serial-Adapter. Wenn wir uns jetzt die mal angucken, hätte man da im Labgrid halt nicht nur einen einzelnen Treiber, der weiß, wie man mit einem Serial spricht. Das wäre noch langweilig. Labgrid hat auch Infrastruktur, um mehrere Serial-Adapter zu unterscheiden. Zum Beispiel anhand ihrer Seriennummer oder an dem USB-Port, an dem sie stecken. Und oben drauf gibt es dann Treiber, die wissen, wie man mit einem Bootloader spricht oder auch, wie man mit einer Linux-Shell spricht, da Kommandos absetzt und sich dann Return-Code und Ausgabe zurückholt. Es gibt Treiber für verschiedene Power-Switches, von irgendwie einem GPIO bis hin zu so einer Server-Fernsteuer-Technik, wo halt irgendwie viele Power-Sockets geschaltet in einem Gerät eingebaut sind. Man kann GPIOs auf verschiedenen Plattformen treiben und es gibt noch wesentlich mehr Treiber. Zum Beispiel, wenn man eine Switcher hat, die SNMP können, kann man gucken, an welchen Ports eigentlich welche IP-Adressen rausfallen. Aber da will ich hier gar nicht im Detail drauf eingehen. Das schaffen wir sonst nicht. Nach oben gibt es jetzt drei Interfaces, mit denen man mit LabGrid sprechen kann. Es gibt ein Command-Line-Interface. Das ist das, was man benutzt, wenn man interaktiv mit so einem Router arbeiten möchte. Ich brauche mal kurz für eine Präsentation einen Screenshot von einem Router im Config-Modus. Dann flashe ich halt ein Firmware-Image und bringe den Router eben dahin. Das kann ich über Command-Line machen. Es ist aber auch ein Python-Library. Das heißt, ich kann auch einfach gegen skripten. Wenn ich sowas habe wie, ich möchte gerne mal tausendmal einen Router starten, weil ein Freifunker gemeldet hat, bei jedem 50. Mal funktioniert das irgendwie nicht. Und dann sind Sachen komisch, könnte man das skripten, starte den Router einfach ganz häufig. Und wenn man den komischen Zustand erreicht hat, lässt man ihn da stehen. Und man guckt sich dann später an, was das Problem war. Das, worum es heute hauptsächlich geht, ist das PyTest-Plugin. Ja, dass man das halt ins PyTest integrieren kann. LabGrid macht auch viel Vorbereitung schon dafür, dass wir mit dem State unseres Geräts zurechtkommen. Wenn wir uns mal anschauen, zumindest nochmal für den Runtime-State, so ein Gerät startet immer im Bootloader. Typischerweise ist da einfach der Autoboot an. Das heißt, nachdem der Bootloader gestartet ist, wartet er für einen ganz kurzen Moment und lädt dann das Linux und springt das an. Aber es gibt halt Treiber, die wissen, wie man so einen Bootloader einfängt, den Autoboot unterbricht und dann halt Dinge tun kann. Und das kann man aus dem LabGrid fernsteuern und auch verfolgen. Es gibt in LabGrid einen Zustandsautomaten, das State Machine. Das nennt sich da Strategy. Und die Strategy weiß, wie sie erkennt, in welchem State sich gerade so ein Differenz-Under-Test befindet und hat auch Code, der einem von dem einen in den anderen State bringen kann, sodass man halt auch kontrollieren kann, bin ich im Bootloader oder möchte ich jetzt ein neues Image per TFTP flashen, solche Dinge. Wir haben dann halt PyTest. Ich möchte mal kurz ein bisschen was zu PyTest erzählen, bevor wir da gleich nochmal einsteigen, wie wir das wirklich benutzen. PyTest ist ein Python-Testing-Framework. Das hört sich jetzt erstmal so an, als könnte man da mit super Python-Anwendungen testen. Das ist sicherlich auch richtig, aber es ist erst wesentlich generischer gebaut. Man kann damit halt im Wesentlichen alles testen. Das ist halt einfach Infrastruktur, um Tests zu bauen. Und LabGrid bringt halt ein PyTest-Plug-In mit, sodass man dann die LabGrid-Infrastruktur im PyTest benutzen kann, sodass man halt Tests schreiben kann, die echte Hardware oder ein echtes Linux auf einem anderen Gerät testen. Wie sieht so ein Test dann aus? Den würde ich mal kurz nochmal erklären, um so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen. Nun, generell benutzen wir halt offensichtlich PyTest in unserem Python-Code. Und im PyTest gibt es ein Konzept, das nennt sich Fixtures. Das ist im Wesentlichen eine Methode, die man später in seinen Tests benutzen kann, ganz intelligent. Und zwar macht die irgendwelche Vorbereitungen, um zum Beispiel in diesem Fall ein Gerät in einen Zustand zu bringen. Die Strategy selber, die wir jetzt hier benutzen, ist auch eine Fixture, die uns halt das LabGrid zur Verfügung stellt. Und mit diesem Transition-Shell sagen wir einfach, liebe Strategy, sorgt doch kurz mal dafür, dass dieser Router jetzt im Zustand Shell ist, also im gebooteten Linux. Und dann machen wir weiter. Das benutzen wir jetzt hier einfach in unserem Test. Das heißt, wenn dieser Test gleich irgendwann mal gestartet wird, also der Buddy dieser Funktion, dann sind wir auf jeden Fall in einer Linux-Shell und können dann Kommandos ausführen. Und Target ist halt eine weitere Fixture, die uns das LabGrid gibt, sodass wir dann auch mit dem kompletten Target interagieren können, mit allen Treibern, die dazugehören. Also dem Device an der Test und der Shell-Stechnik außenrum. Wir holen uns jetzt einfach den Shell-Treiber, der halt über die Serial mit dem Gerät spricht, weil wir möchten ja mit der Serial reden. Und dann füllen wir darauf ein Kommando aus und holen uns den Rückgabewert, die std-out und den Return-Code. Und dann machen wir darauf noch ein paar Vergleiche. Und wenn das alles gut aussieht, dann war der Test erfolgreich. Wenn irgendwas von dem fehlschlägt, dann war es das nicht. Das wäre jetzt hier sogar ein echter Testfall und auch eine im Wesentlichen vollständige Test-Suite, die man jetzt nutzen kann, wenn das Target das so hergibt. Aber Krasa zeigt uns jetzt noch ein paar Details, wie reale Tests für das Gluon aussehen. Genau. Diese Infrastruktur, die kann man jetzt natürlich benutzen, um genau unsere Ziele zu erreichen, nämlich Freifunk-Images zu testen, Teile der Infrastruktur darüber auch zu testen. Dazu bilden wir in genau so einer Strategy den Flow, den so ein Gluon nimmt, erstmal ab. Oder den so ein Router nimmt. Wir fangen nämlich mit dem Bootloader unten an. Und können dann in den Router flashen, kommen in den Config-Modus, können diesen konfigurieren und können dann im normalen Betriebsmodus Tests darauf ausführen. Wenn wir mit dem Bootloader anfangen, sähe einen Test zum Beispiel so aus. Der nimmt das Target und hat die Fixture in U-Boat, also sorgt das Labgrid dafür, dass wir im U-Boat sind. Und können dann mal den Command-Version ausführen und einfach mal schauen, ist da alles in Ordnung. Hat der Command funktioniert, ist das U-Boat ungefähr so, wie wir uns das vorstellen. Damit wir mit ausreichend Confidence in den nächsten Schritt gehen können, nämlich das Flashen. Das ist jetzt kein Test, sondern es übernimmt die Strategy für uns, macht es über TFDP, schreibt das an die richtigen Stellen, gibt die richtigen Commands ab. Und das sorgt dann am Ende dafür, dass der Router genau die Firmware geflasht hat, in unserem Fall diese Parker.bin, die wir auch testen wollen. Denn, naja, irgendwann müssen wir den Router mit der Firmware flashen, die wir haben wollen. Dann wechseln wir in den Config-Mode, das übernimmt auch wieder die Strategy für uns. Das zieht dann oben in good.config. Und dieser Test jetzt zum Beispiel überprüft, ob unsere Default-Koordinaten, die wir hinterlegt haben, auch so im Config-Modus stehen. Um zu schauen, hat der Zyklus funktioniert, dass irgendwie Zeit-Config und unsere eigenen Änderungen alle auch in das Image eingeflossen sind. Da kann man jetzt natürlich noch mehr Tests machen. Wir testen noch, ob der Auto-Update da an ist, ob der Branch so ist, wie wir uns das vorstellen. Das kann man sich dann aber alles mal in den Quellen am Ende anschauen. Dann konfigurieren wir diesen Router. Da tauschen wir vor allem den VPN-Key, damit die Infrastruktur nicht jedes Mal einen neuen Knoten sieht und wir immer denselben Knoten haben. Wir konfigurieren uns das Private-Wi-Fi-Paket, das wir übernommen haben, damit wir das hinterher überprüfen können, ob das alles funktioniert. Und nehmen noch so ein, zwei andere Einstellungen vor, hinterlegen ein, das ist das H-Key, damit wir das am Ende testen können. Und dann kommen wir zum Hauptteil, zum Fleisch quasi, unser Test-Toot, nämlich der Test-In-Betrieb. Das ist jetzt ein Beispiel-Test, der eben genau diese Private-Wi-Fi-Config im Running-Modus testet. Schaut nämlich einfach mal, hey, gibt es diese Wi-Fi-ID, ist die jetzt in der iW-Config tatsächlich am Ende angekommen, wird die tatsächlich ausgestrahlt, um da mal zu schauen, läuft da alles. Da kann man jetzt natürlich noch viel, viel mehr Tests machen. Was wir schon haben, ist, dass die Infrastruktur einmal getestet wird, dass geschaut wird, ob der DNS-Server funktioniert. Im Parker läuft auf jedem Knoten oder auf vielen Knoten auch noch ein DHCP-Server, das wird alles überprüft. Und wenn man sich dann überlegt, wie wir da noch weitermachen können, was wir auch in Zukunft noch machen werden, ist einmal Knoten ohne VPN, also die keinen eigenen Uplink haben, sondern gemasht werden. Die müssen natürlich auch so getestet werden und dafür braucht man natürlich noch einen zusätzlichen Knoten, der in der Gegend steht, von dem man weiß, dass der funktioniert, mit dem man meschen kann. Man kann einen Client simulieren, indem man zum Beispiel eine Container-Lösung seiner Wahl verwendet auf dem Test-Server und sich über eben genau dieses vorhin genannte Interface auf diesen Router als Client einloggt. Und wenn man schaut, bekomme ich eine IP-Adresse, funktioniert mal eine DNS-Auflösung, kann ich die, kann ich in die Infrastruktur pingen, kann ich ins Internet pingen. Solche Dinge kann man dann auch mal testen. Und auch den Schritt des Firmware-Updates. Also man schreibt im ersten Schritt eine bekannte, eine bekannt-gute Firmware auf diesen Router, konfiguriert den, testet es kurz durch und schreibt dann mit dem normalen Sys-Upgrade die neue, eine neue Firmware, die man gerade testen möchte, rein und kann dann die Tests nochmal durchführen, um zu schauen, funktionieren die Migrations-Pfade, wie ist das mit bestehender Config, um da die Test-Abdeckung nochmal zu erhöhen. Ja, wie fängt man an, wenn man das jetzt auch machen möchte? Wir haben die Tests in einem Repository auf unserem GitLab, also dem vom Stratum 0. Der Link ist jetzt angezeigt. Zum LabGrid nochmal der Link zur Dokumentation und auch zu einem Talk, den Chrissy hier mal gegeben hat, wenn man sich da noch mehr mit befassen möchte, wenn nicht dieses LabGrid so funktioniert. Und ja, eine, in Klammern fast aktuelle, Bill of Material, die wir, das sind auch die Bilder, die wir gezeigt haben, die findet man bei uns im Stratum im Blog. Ja, damit würde ich sagen, happy hacking und wir haben jetzt noch ein gutes Stückchen Zeit übrig, von daher stehen wir jetzt für Fragen im BigBlueButton für euch zur Verfügung und dann freue ich mich da auf viele Diskussionen. Danke fürs Zuhören. Vielen Dank.